Mir wurde von einem von euch, einem Zuschauer, eine weitere Seite zugeschickt, mit der es möglich sein soll, ganz einfach ein bisschen Geld völlig passiv zu verdienen. Und da habe ich mir gedacht, wird es mal wieder Zeit, dass wir uns das hier auch live im Stream, beziehungsweise auch später auf dem Beta-Kanal anschauen, wie das Ganze funktioniert, wie man das überhaupt benutzen kann und natürlich auch, ob sich das Ganze lohnen kann. Und zwar nennt sich die Seite cm.com und ansonsten anscheinend auch noch MacMoney und handelt sich um eine Plattform, bei der man SMS-Nachrichten empfangen kann und dafür dann Geld erhält. Und einige von euch werden sich vielleicht noch erinnern, dass wir uns in der Vergangenheit schon mal ähnliche Sachen angeschaut haben. Und zwar zum einen hier Money SMS und ich glaube, irgendwann war auch schon mal eine weitere Seite dabei, die Ähnliches möglich gemacht hat. Und so langsam erkenne ich hier ein Muster und vielleicht, auch wenn die einzelnen Seiten eventuell nicht so lukrativ sein sollten, könnte man ja hingehen und einfach mehrere davon gleichzeitig laufen lassen und es wird dann doch eventuell ziemlich lukrativ. Vor allem, weil es ja auch die Möglichkeit gibt, einfach eine SIM-Karte zu kaufen und wenn man nur SMS-Nachrichten empfängt, kostet es einen ja nicht wirklich Geld. Das Handy dann aber im WLAN zu platzieren und die Daten dieser SMSen zum Beispiel dann über das WLAN an die App zu übertragen, beziehungsweise an deren Server. Und somit bezahlt man dann keinen Cent, außer natürlich Strom, das ist klar, und empfängt einen Haufen SMS und wird dafür bezahlt. Und hier funktioniert das Ganze nun anscheinend, wie eigentlich immer bei solchen Apps, ausschließlich per APK, beziehungsweise vor allem ausschließlich per Android, denn Money SMS gab es, glaube ich, auch im Play Store, aber auf jeden Fall nicht für iOS. Und dann muss man das Ganze auch nur installieren, sich hier mit seiner Telefonnummer registrieren. Wie gesagt, falls das jemand, nachdem wir uns das hier gleich zu Ende angeschaut haben, ausprobieren möchte, nehmt dafür auf gar keinen Fall eure normale Telefonnummer, die auf eurem Main-Handy ist. Man weiß nie, was diese Seiten machen, die müssen auch eure SMS überwachen natürlich, denn die wollen ja auch wissen, was dort passiert, weil meistens werden dann zum Beispiel so Services ausgetestet, wie solche Two-Factor-Autodentification-Geschichten, also gecheckt, ob diese implementierten Möglichkeiten bei irgendwelchen Anbietern bereits ordnungsgemäß funktionieren. Und dafür müssen sie einfach an irgendein paar Smartphones solche Nachrichten schicken und dann auslesen, ob dort auch der richtige Code ankam und so weiter, wie lange das gedauert hat, bis der ankam. Und genau dafür werden halt solche Anbieter bezahlt und du gibst dann einfach deine Nummer her und kriegst dafür einen Teil des Geldes ab. Zumindest ist das in den meisten Fällen so. Aber da diese Apps und diese Programme und Webseiten, wie gesagt, auf deine Nachrichten zugreifen müssen, was auch Sinn macht, würde ich auf keinen Fall dafür mein Haupt-Handy nehmen und auch wenn die meisten sich ja nicht mehr wirklich viele SMS-Nachrichten empfangen, würde ich eher nicht wollen, dass diese Apps auch nur im Ansatz die Möglichkeit haben, diese einfach zu lesen. Was ist Mac Money denn aber nun eigentlich? Anscheinend soll es hier möglich sein, direkt Echtgeld zu verdienen, also keine Punkte, sondern Geld, was man sich direkt in Euro auszahlen lassen kann. Da bin ich ja mal gespannt, vor allem auch, was der Mindestauszahlbetrag ist und welche Auszahlungsmethoden es wirklich gibt. Und wie immer wird man für jede einzelne SMS bezahlt und nicht zum Beispiel nur für die da enthaltenen Nachrichten oder wie schnell das geht oder was auch immer. Und wie verdient man nun Geld? Mit Mac Money. Man lädt einfach die App auf sein Android-Gerät. Durchläuft den Registrierungsprozess, wenn man irgendwelche Fragen hat, kann man in die FAQ gucken. Ich denke mal, da schauen wir gleich auch nochmal vorbei. Nummer verifizieren, SMS-N erhalten. Diese Nachrichten fügen dann das Geld zu deiner Balance, also zu deinem Kontostand hinzu. Und dann kannst du jedes Mal auszahlen, sobald du einen bestimmten Betrag erreicht hast. Die Frage ist nur, wie hoch ist dieser? Und hier gibt es dann auch diverse Infos. Anscheinend kann man aktuell wirklich nur über Paypal auszahlen, also nicht zum Beispiel per SEPA oder per Geschenkgutschein oder ähnliches. Der minimale Auszahlungsbetrag, also wie viel Geld man haben muss, um eine Auszahlung anstoßen zu können, scheint sich je nach Land zu unterscheiden. Leider Gottes muss man hier aber anscheinend auch die App runterladen, um diesen Minimalbetrag angezeigt zu bekommen. Und da ich kein Android-Gerät habe, also wirklich keins, habe ich diese Möglichkeit leider nicht. Also falls jemand von euch da mehr weiß, dann unbedingt meine Nachricht dazu in den Chat, in die Kommentare. Denn das ist auf jeden Fall eine ziemlich wichtige Information. Und ich verstehe nicht ganz, warum man nicht einfach hier eine Tabelle mit abbildet, mit einblendet, anstatt jeden dazu zu zwingen, einfach die App herunterzuladen, um das überhaupt herauszubekommen. Dann gibt es hier noch die Frage, wie kann ich mein Geld abheben? Sobald man den bestimmten Betrag zusammen hat, wird ein Cashout, also Auszahlungs- und ein Donate, also Spendenknopf, auf dem Startscreen auftauchen. Da klickt man einfach drauf, muss seine E-Mail-Adresse von Paypal eingeben, dann wird das Ganze ausgezahlt und dann sollte so eine Zahlung innerhalb von vier Wochen ankommen, aber immer an einem Donnerstag. Weiß ich jetzt nicht, warum das unbedingt vier Wochen dauern muss, ist aber noch gerade so im Rahmen, wenngleich aber echt das Maximum, was ich mir überhaupt noch antun würde. Denn eigentlich bin ich davon überzeugt, dass gerade bei Paypal sowas definitiv innerhalb von maximal einer Woche eigentlich für jede Firma möglich sein sollte. Und dann steht hier, wenn wir Geld zu Paypal schicken, wirst du eine Benachrichtigung bekommen per E-Mail und dann ist es sehr wichtig, dass du diese Zahlung akzeptierst. Du erhältst die Payment-Nachricht per E-Mail-Adresse, die du hinterlegt hast, bei deinem Paypal-Account und musst dann auch deine Spam-Box checken und diese Zahlung akzeptieren. Also davon habe ich tatsächlich in meinem Leben noch niemals irgendwas gehört. Sowas kenne ich eigentlich nur von diesen Fake-Leuten, die dich auf Kleinanzeigen anschreiben und sagen, ja, der Kurier kommt denn und holt das ab und dann kriegst du so eine E-Mail und damit dein Geld. Und das ist halt immer Fake. Also da wird man immer nur gescammt. Also irgendwie fügt sich hier einiges nicht so ganz zusammen, meiner Meinung nach. Also es kommt dann natürlich auf eine Mail erstmal an, was da drin steht, wer der Absender ist, wer ist jetzt wirklich die echte Paypal-Adresse, was wirklich überprüft, dass es die echte E-Mail von Paypal ist. Dann kann man das natürlich durchaus mal ausprobieren. Dann würde selbst ich das ja wahrscheinlich ausprobieren. Muss man nur genau hinschauen. Es gibt ja nämlich viele Tricks, wodurch man oder mit denen man diese E-Mails sehr legit aussehen lassen kann. Und jetzt hat hier auch nochmal jemand in Chat geschrieben, dass man anscheinend 5 Euro braucht, um mir eine Aussage anzustoßen. Und dann verwirrt es mich eigentlich nur nochmal umso mehr, warum denn hier derart komische Umstände rangezogen werden. Aber es gibt dafür hier anscheinend auch eine richtige Firma. cm.com, Netherlands, BV in den Niederlanden. Hier mit Registrierungsnummer. Die können wir uns ja auch nochmal anschauen, ob es da vielleicht noch mehr Infos gibt oder vielleicht sogar wirklich ein Office. So, und hier ist nun die Firma Gründung 1999, Breda Niederlande. Gibt es direkt Informationen dazu. Gibt hier tatsächlich auch ein Office. Das Headquarter mit eigenem Logo, nennenswerte Größe, hier Bilder aus dem Office. CM, Building World's Best Platform for Mobile Messaging, Payments and Voice. Das sieht erstmal alles gar nicht schlecht aus. Wir können ja auch nochmal auf Trustpilot gucken, auch wenn ich nicht so ein Riesenfan davon bin. Aber vielleicht gibt es ja dann doch ein, zwei interessante Infos. Also cm.com. Hier haben wir es. Sechs Bewertungen, 2,6 Sterne. Es gibt hier sehr wenig Informationen zu dem Thema. Scheinen sich hier fast eher die Kunden zu beschweren, die den Service buchen, wodurch du dann am Ende vielleicht als Nutzer überhaupt erst SMS-Nachrichten bekommst. So wirkt es zumindest auf mich. Aber all in all ist Money SMS bisher meiner Meinung nach dann doch die deutlich vertrauenswürdigere Wahl, wenngleich ich auch bei Money SMS auf jeden Fall vorsichtig wäre und auch dort niemals meine Mainnummer verwenden würde oder sowas. Und sollte jemand Money SMS übrigens noch nicht kennen, dann kann ich das ja gerne auch nochmal mit in die Videobeschreibung packen, falls ich das hier auf dem Beta-Kanal hochladen sollte. Aber Stand jetzt, Make Money wirkt erstmal genau wie das Gleiche und man kann es eventuell auch mit so einem Wegwerf-Handy ausprobieren, denn auch wenn das hier alles ziemlich sass und alles andere als super legit wirkt, wüsste ich jetzt auch nicht, was einem schlimmsten Fall passieren sollte, außer vielleicht ein paar verschwendeten Stromkosten. Aber trotzdem verlassen würde ich mich darauf eher weniger und deswegen womöglich noch ein Handy kaufen. Nur um das hier zu betreiben, auf gar keinen Fall. Da gibt es deutlich bessere Investitionen und auch deutlich bessere Programme und Webseiten, die man denn darauf laufen lassen könnte, zumindest meiner Meinung nach. Jetzt habe ich an der Stelle auch nochmal eine Nachricht aus dem Chat bekommen und anscheinend ist es nicht unbedingt komisch, wenn man die Zahlung erst akzeptieren muss. Dafür trägt man aber definitiv die Paypal-Gebühren. Und der Sender des Geldes hat halt anscheinend Käuferschutz. Ich habe das so zwar auch noch nie gesehen, aber das scheint wohl nichts völlig Neues zu sein. Trotz alledem heißt das ja im Endeffekt nur wieder mehr Risiko, auch wenn ich jetzt auch irgendwo nicht glaube, dass wir es dann einfach zurückziehen, aber vor allem nochmal zusätzliche Gebühren. Und gerade bei 5 Dollar ist das glaube ich gar nicht so wenig, denn wenn ich mich recht erinnere, zahlt man bei Paypal ungefähr irgendwie 3-4% an Gebühren und dann nochmal irgendwie 35 Cent. Also bei 5 Euro, 5 Dollar können das gut und gerne mal 10% im Endeffekt sein. Also weiß ich nicht. Wenn das jemand probieren möchte, dann seid vorsichtig, aber macht es, wenn ihr unbedingt wollt, aber dann schreibt auch unbedingt mal eure Erfahrungen unter dieses Video, wenn es online gehen sollte. Das war es dann aber auch schon wieder für heute. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass liebend gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten folgt mir auch gerne auf Twitch, um beim nächsten Stream direkt live mit dabei zu sein. Und falls du Bock auf noch mehr Videos haben solltest, dann check unbedingt mal meinen Hauptkanal aus. Dort lade ich nämlich jede Woche Videos zu Themen wie passiven Einkommen, Online-Geld verdienen oder auch Kryptowährungen hoch. Links zu beiden Kanälen findest du selbstverständlich unten in der Videobeschreibung.